Beruf und Perspektiven. Was genau macht ein Vermögensberater und was macht den Beruf so attraktiv? Ein Vermögensberater kümmert sich um die Vermögensabsicherung, den Vermögensaufbau und um die private Vorsorge. Und das für jeden. Mein Name ist Kevin Kantert und nach meiner Ausbildung bei der Commerzbank wurde ich Vermögensberater. Ich bin Doreen Stoog. Früher war ich Unternehmensberaterin. Heute bin ich Vermögensberaterin. Ob es ein neues Auto ist oder die eigenen vier Wände, die Ausbildung der Kinder oder ein gesicherter Lebensabend, welche Ziele und Wünsche unsere Kunden auch haben. Wir helfen dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen. Dabei arbeiten wir nach dem Allfinanzkonzept. Darunter verstehen wir eine branchenübergreifende, umfassende Beratung und Betreuung durch einen einzigen Ansprechpartner. Der Vermögensberater ist deshalb auch kein Spezialist, wenn es nur um wenige Produkte geht, sondern ein echter Generalist, wenn es um Geldanlagen, Versicherungen oder Finanzierungen geht. Ein Vermögensberater begleitet seine Kunden ein Leben lang. Und dass wichtige Angelegenheiten auch mal nach Feierabend im Wohnzimmer des Kunden gelöst werden, ist daher keine Seltenheit. Vermögensplanung ist für mich Lebensplanung. Nur wenn ich das Leben meiner Kunden auch wirklich kenne, kann ich die Beratung danach ausrichten. Das Spannende daran ist, dass keine Beratung so wie die andere ist, sondern so individuell wie die Menschen selbst. Der Beruf des Vermögensberaters ist ein krisensicherer Beruf und der Markt bietet viele Chancen. Die Menschen werden immer älter, bleiben dabei aber aktiv und wollen für sich und ihre Familien möglichst viel Sicherheit und Lebensqualität. Die Finanzthemen werden komplexer und die Anzahl der Produkte ist für die meisten Menschen unüberschaubar. Daher braucht jeder einen Vermögensberater, der auf ausgezeichnete Angebote der Finanzbranche zurückgreifen kann. Und so profitieren am Ende alle, der zufriedene Kunde und der erfolgreiche Berater, der Freunden und Bekannten weiterempfohlen wird. Bereit für Veränderungen? Dann gehen Sie Ihren Weg als Vermögensberater. Wir gehen mit Ihnen.